Hi YouTube, was geht ab? Wir checken Hypeball aus. Heute ist Frag ein Camp Girl, ähm, ja. Ich sag mal, das Gesicht kommt mir 0% bekannt vor, noch nie gesehen. Hannah über das Sex-Business von zu Hause. Keine Ahnung wer das ist, bro, to be honest, dude. Real Talk? Noch nie gesehen, dude. I don't fucking know. Ich muss wirklich sagen, Real Talk, ich kenn die halt seit, also ich kenn die erst durch Nico. No joke. Aber seitdem ist sie ein, zwei Mal auf meiner Startseite gewesen. Da war dann so, äh, Hannah's Secret fuck's a random guy oder so. Und das war so ein POV-Porn von so einem Guy, der so, ja, so mittelmäßige Körperbehaarung hatte, sag ich mal. Und ich glaube, Nico hat ja auch immer so seine Brusthaare, die er so rasieren muss. Vielleicht ist es Nico gewesen, ich weiß nicht genau. Ich hoffe nicht, weil dann hab ich Nikos Schwanz gesehen, was nicht so geil wäre. Naja, in dem Sinne, viel Spaß mit dem Video, let's go. Mein Name ist Hannah, ich bin 24 Jahre alt, früher war ich Krankenschwester, heute erfülle ich fremden Männern, ihre Fantasien. Ich hab schon ein bisschen die Kommentare vor dem Streaming gelesen, weil ich mich, also weil ich das safe auschecken wollte und schon gesehen hab. Jemand hat geschrieben, damals war ich Krankenschwester, hä, heute doch auch. Banger, Banger-Kommentar, Junge. Vor der Webcam. Hi, Hannah. Hi. Bro, Real Talk, ich hab das Video noch nicht gesehen oder so, aber ich hoffe so sehr, dass sie jetzt nicht so wie Katja oder so dieses aufgesetzte, ich möchte fünf Dicks all day long in den Mund nehmen macht. Sondern ich hoffe, dass sie wirklich ernsthaft und einfach natürlich sympathisch darüber spricht, wie es wirklich ist. Bitte, dude. Holy shit, weil darauf hab ich gar keinen Bock. Ich war ja Krankenschwester und hab mich damals schon immer ganz gerne freizügig so vor der Kamera gezeigt und hatte damals schon so Shootings mit ein bisschen weniger Stoff und hab dann mit meinem damaligen Exfreund einfach die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist, vor der Kamera intim zu sein. Was ist, wenn ich schon seit zwei oder drei Jahren Pornos hochlade, richtig krank Cashmacht damit und ihr wisst es einfach nicht. Und ihr wankt euch einfach jeden Tag auf meinen Dödel ein. Und haben uns dann auf einem Portal angemeldet und da bin ich dann zuerst mit der Webcam tatsächlich auch gestartet und war damals total schüchtern noch und, ähm, ja, wusste gar nicht so richtig, was mich jetzt erwartet und saß da tatsächlich so im Jogginganzug vor. Ja, wohin. Und dann hat es mir aber so gut gefallen, dass ich nach drei Tagen, glaube ich, super entspannt war und dann hat sich das einfach verselbstständigt. Dude, holy shit, Alter. Ich könnte mich nicht einfach von einer Webcam hinsetzen und dann das mit tausend Leuten beim Masturbieren zugucken. Ich glaube, das wäre ein bisschen strange. Aber Real Talk, mein Körper will auch keiner sehen, Dicker, Alter. Ich schwöre, Mensch, Männer sind einfach so eklig, Alter. Wie kann, wie, wie, wie kann überhaupt irgendeine Person auf Männer stehen? So Real Talk. Dicker, wenn ich eine Frau wäre, ich würde 10er, würde ich auf Frauen stehen, Junge. Einfach alles so schön, weißt du, und, und, und Männer einfach so hässliche Ogre, Alter, die einfach so furzen, mein Lieber 7. Wie lief dein allererstes Mal vor der Webcam? Mein allererstes Mal vor der Webcam war für mich super aufregend. Ich saß davor. Dude, what the fuck? Und auf einmal ging auf der anderen Seite eine Webcam an. Und, ja, dann habe ich das beste Stück von jemandem gesehen und war darüber natürlich erst mal so ein bisschen erstaunt. Aber irgendwie hat mich das auch richtig gereizt und ich wollte dann wissen, wie es ist, wie meine Reize so ankommen. Und habe mich dann Jahrzehner, Alter. Getraut, auch mehr zu zeigen. Und so ist dann der Spaß vor der Webcam entstanden. Also ich weiß nicht, irgendwie, aber vielleicht ist es auch einfach nur mein Kopf. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich Spaß macht. Also ich weiß nicht, warum, aber so mein erster Gedanke war einfach so, ja, sie macht halt fürs Cash. Aber gut, eventuell hat sie eigentlich Spaß daran. Ich meine, wahrscheinlich hat sie wirklich Spaß daran, sonst würde sie es wahrscheinlich nicht machen. Eigentlich dummer Gedanke von mir. Aber das war mein erster Gedanke. Ich dachte als erstes so, ja, Zehner, wenn sie Spaß daran hat, so, sie macht halt fürs Cash. Aber gut, es soll ja wohl auch Leute geben, die acht Stunden Clash of Clans spielen können und daran Spaß haben. Also gibt es sicherlich auch Leute, die sich gerne ausziehen. So gesehen, machen wir weiter. Agent K fragt, empfindest du Lust, wenn du campst? Niemals. Also wenn ich vor der Webcam bin, habe ich schon sehr viel Lust, ja. Zehner, Zehner, als ob. Es ist meistens so, dass ich dabei dann auch immer an bestimmte Dinge zurückdenke, also Fantasien im Kopf habe und dann mich da auch so ein bisschen auslebe. Okay, also verstehe ich mich nicht falsch. Aber wenn der jetzt so Dirk45 anmacht, Alter, so vier Jahre nicht gewaschen, not sure, dude. Also, not sure. Weißt du, ich meine, wenn der jetzt Trimax Longcock on anmacht, so, dann okay, aber fucking Dirk45, dude, not sure. Es gibt da natürlich so ein, zwei Toys, die ich dafür gerne verwende, die machen wir dann. Aber gut, bei so Webcam ist ja nicht immer Cam to Cam, ne, also reicht ja auch, wenn nur sie Cam hat, ja. Besonders viel Spaß, aber teilweise kann ich es auch einfach so ohne Toy. Dussel fragt, was machst du alles vor der Webcam? Die Sachen, die ich da mache, sind aber... Warte mal, bevor wir weitergucken, was ich gerade so nachdenke, ist das nicht voll anstrengend? Wie lange streamt so ein Camgirl auf so Chaturbate oder so? Wie lange streamt man da, so zwei Stunden, drei Stunden? Digga, wenn ich drei Stunden durchmasturbieren müsste, jeden Tag, holy fuck, Alter. Acht Stunden, na, shut up. Das sagt sie noch? Okay, krass. Dude, holy shit. Wie masturbiert man denn acht Stunden straight up? Teilweise ganz einfache Wünsche, die ich erfülle. Ob es mich jetzt als Prinzessin verkleide, irgendwie ein Beigleid anziehe, ob ich jetzt irgendwelche Fetische ausübe, Latex anziehe oder enge Leggings oder einfach Dessous, ob ich mit den Usern schnacke, also einfach ganz normale Gespräche führe. Das ist teilweise echt über Stunden. Aber natürlich gehört es auch dazu, dass ich vor der Webcam mir das mal selber mache. Einfach auf Chaturbate erstmal so ein Aktientalk. Einfach so, und was denkt ihr vom AX, äh vom DAX? Äh, was denkt ihr über die Ölpreise aktuell? Ja, moin. Und mit den Usern zusammen Spaß? Einfach so ein richtiger Serious Talk. Wie viele Stunden am Tag bist du online? Also wenn ich so vor der Webcam bin, dann sind das so sechs bis acht Stunden. Holy fuck, no way. Mario fragt, was waren die merkwürdigsten Wünsche deiner Zuschauer? Digga, ich könnte niemals sechs bis acht Stunden da vor der Kamera mir irgendwie so ein, so ne, weiß ich nicht, so ne Glühlampe in den Arsch schieben oder so. Bro, holy shit. Ich glaube, ich habe schon so viel erlebt, es ist immer schwierig auszuwählen, was das komischste war. Aber eins meiner Highlights ist auf jeden Fall der Fußsockentee. Da hatte jemand einen Fußpetisch und er hat sich so beschrieben, dass er eine Stinkesohlenkrankheit hat und halt nur geheilt werden kann durch das Elixier meiner Fußsohlen. Also musste ich halt eben vorführen, vor der Webcam, dass ich halt Stinkesocken anhatte, daran, also den Strumpf ausziehen, daran riechen, sagen, der stinkt ganz fürchterlich und den dann in eine Tasse tun und mit Wasser aufkochen. Bruder, der soll mich anschreiben, Alter. Ich muss das nicht spielen, Junge. Ich kann das ganz authentisch machen, Alter. Holy shit. Digga, da gehe ich kurz mal für fucking zwei Stunden kurz mal spazieren, Alter. Und dann, Junge, Choky selber, der freut sich. Und ihm dann sagen, das ist das Elixier, was ihn heilt von seiner Stinkesachenkrankheit. Digga. Avocado Ali möchte wissen. Wilder Name. Bist du immer Solo vor der Kamera? Es gibt natürlich Solo-Clips von mir, aber es gibt natürlich auch... Clips mit Inscope. ...die Hardcore-Streifen, wie man sie so richtig aus dem Netz auch kennt. Die drehe ich dann entweder mit auch einer Frau. Oder immer, wenn ich so Hardcore-Porno höre, dann denke ich immer nicht so an so diesen normalen Porno, was es ja eigentlich ist, weil Softcore ist ja so, wo man so genitalisch sieht und sowas. Ich denke da eher so an so geschlagen werden und so fucking Crap. So, wisst ihr, was ich meine? So diesen brutalen Shit. So kennt ihr manchmal diese Brazzers-Dinger, die so vorgeschlagen werden, wo so Frauen einfach so rumgeschmissen werden? Digga, wer zieht dich denn in sowas rein? Also, Bro, Realtor, check ich gar nicht, Digga. Frau und Mann oder halt auch nur mit einem Mann. Das sind Amateuraufnahmen, das heißt, ich drehe fast nur Point of View, dass man quasi das Gefühl hat oder der User das Gefühl hat, dass er vor mir steht und ich halt unter ihm bin. Ich habe meinen Drehpartner, der hält die Kamera und wir haben dabei Spaß und deswegen Amateur, weil es meistens auch nicht immer irgendwie im Schlafzimmer stattfinden muss, sondern auch mal ganz spontan irgendwo am Rastplatz oder in irgendeinem Supermarkt oder sonst wo stattfindet. Einfach so auf der Meckes Kasse. Klassiker, wer kennt's? Trucker Kalle fragt. Findest du es nicht komisch, eine Wichs-Vorlage zu sein? Junge, Trucker Kalle war wieder die geilsten Fragen am Start. Junge, Wichs-Vorlage ist auch einfach einer der ekligsten deutschen Wörter. Ich glaube, Wichs-Vorlage und Fotze sind meine zwei most hated deutschen Wörter, Alter. Junge, wirklich, wenn ich Wichs-Vorlage höre, Bruder, wie kriegt man denn da einen Boner, Alter? Bei Wichs-Vorlage, Dicker, wirklich so ein abstoßendes Wort. Oh Mann, Alter. Die Männer könnten sich ja von einer x-Beliebigen die Pornos anschauen oder in die Webcam gehen oder sonst was. Und dass sie es dann bei mir tun, finde ich, ist eher ein Kompliment. Ekelt dich das nicht manchmal an? Der Gedanke daran, dass sich jemand an mir aufgeheilt, den finde ich auch einfach geil. Was mich anekelt, sind halt so Sachen, wenn die Männer halt unter die Gürtellinie gehen, so überhaupt nicht mehr mich als Person registrieren. Wenn sie in die Webcam gehen und gleich sagen, so, äh, ja, zeig mal Titten oder mach mal dies oder mach mal das, das finde ich ganz schrecklich. Also man kann dann schon sagen, hey, Hannah, hey, wie geht's dir? Könntest du mir bitte? Also ich finde, so viel Manieren sollte jeder Mensch irgendwie noch haben. Ey, Alter, zeig Titten. Wie in diesem Clip, wo er da von dieser Bushaltestelle rüberruft. Wir machen das jetzt. Pass mal auf, ihr habt doch gerade gesehen, dass du auf den Boden gerotzt hast. Ey, du Schlampe, zeig mal deine Titten. Sag mal, das ist ja wohl jetzt... Das ist so ein Ehre, Mann, Alter. Wissen deine Freunde und deine Familie davon? Am Anfang war das natürlich deswegen auch mein ganzes Name. Hannah's Secret, mein Secret und das durfte niemand wissen. Ja, Zehner, Dicker, so, als würde so dein Onkel, so, nicht auch, so, so, jeder männliche User, auch, eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, die weiblichen, Dicker, so, jeder in deiner Familie wird ein Porno gucken, so. Also, jeder wird einmal im Monat mindestens, mindestens sich ein Porno reinziehen. Irgendwann findet man die alte. Ich wollte das auch nicht, dass das jemand weiß. Es hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Nach einer Woche wusste es die ganze Stadt. Und leider, muss ich dazu sagen, wusste es meine Familie dann auch, bevor ich es denen mitteilen konnte. Weil ich würde es denen natürlich gerne selber sagen. Ja, genau das dachte ich mir. Und die haben es dann durch, ja, Stadtgespräche mitbekommen. Und das war natürlich erstmal eine Schocksituation für meine Familie. Gerade für meine Mutter war das nicht so einfach. Mittlerweile ist sie total cool damit, weil sie halt auch merkt, ich tue das, weil ich das möchte. Ich tue es aus freien Stücken. Mich zwingt keiner dazu. Ich habe Spaß daran. Ich verdiene ganz gut Geld damit. Auf der Arbeit war das halt... Meine Mutter zwingt mich tatsächlich zum Livestream. Ich habe jeden Tag keinen Bock, hier online zu kommen. Und dann muss ich auch noch Songs anhören. Donations vorlesen, Bro. Jeden Tag. Wenn ich schon daran denke, dass ich morgen auch wieder Videospiele spielen muss. Fuck. Nee, Bro. Aber es ist ja nice, wenn es dir Spaß macht und shit. Zum Glück muss ich sagen, ganz, ganz lange so, dass es wirklich nicht rauskam. Ich weiß gar nicht, warum es so war. Weil ich bin wirklich jeden Tag mit Bauchschmerzen schon zur Arbeit gegangen. Ich musste mal am Sekretariat vorbei und dachte so, okay, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Heute wirst du angesprochen. Heute werden sie sagen, sie werden gekündigt. Aber es war nicht so. Es war dann wirklich so, dass irgendwann, also wirklich so nach einem Jahr, ich habe es wirklich ein Jahr geheim gehalten, ein Kollege auf mich zukam und der meinte so, na, Hanna, was dann so mit deinem schmutzigen Hauweh? Äh, unangenehm, Bro. Und dann wusste ich halt Bescheid. Aber das hatte ja gleichzeitig zum Beispiel... Na, Hanna, was ist mit deinem schmutzigen Hobby? Ja, moin. Dicker, unangenehm. Alter, richtig unangenehm. Vor allem, als würde man das so sagen, einfach so. So, what the fuck. Dass er halt auch auf dieser Seite aktiv ist und die Filme schaut. Aber da wusste ich Bescheid, dass jetzt der Punkt war, wo ich die Reißleine ziehen musste und mich entscheiden musste. Aber stell dir vor, so, du hast so eine Kollegin und du findest sie übel hot, auf einmal findest du raus, die macht einfach Pornos, Junge. Ja, moin. Ich sag mal, es gibt schlechtere Anime, äh, Anime-Plot-Twists, I guess. Top 5 Anime-Plot-Twists, Boys. Für entweder Krankenschwester-Dasein oder halt den Job als Pornodarstellerin. Direkt nicht mehr attraktiv. I don't know. Und wie waren die Lästereien für dich? Also, das Schlimmste waren diese Stadtgespräche. Ich habe teilweise Screenshots aufs Handy bekommen, irgendwie über WhatsApp von Freunden, vermeintlichen Freunden, die dann irgendwie natürlich von dieser Seite Screenshots gemacht haben, wo ich dann da irgendwie so nackt in Pose war oder so. Frech. Und wie kannst du nur und du Schlampe. Und das war für mich total schlimm. Da musste ich mich auch damals von vielen Leuten... Menschen sind so dumm, weil das sind dieselben Menschen, die sich darauf dann einwedeln. Ja, moin, Digga. Oder auf irgendein andere Digga. Lost. Verabschieden und trennen, aber auch... Menschen einfach so lost. Das war auch gut, weil ich auch gemerkt habe, dass das gar nicht richtig meine Freunde sind. Und die Leute, die halt immer noch zu mir stehen und immer noch da sind, also meine richtigen Freunde, die standen schon vor zehn Jahren hinter mir, die stehen jetzt auch immer noch hinter mir. Ja, mega. Ich fände es ultra nice, einen Porno-Darsteller als Freund zu haben. Stattdich, Frau Rehzmann würde Pornos drehen. Digga, wäre ultra cool. Holy shit. Die ist das überhaupt kein Problem. Dotow fragt. Gab es peinliche Momente, die du gerne vergessen möchtest? Wenn man natürlich... Oh weh, du. Oh, mega lullt. ...outdoor dreht, passieren natürlich viele Sachen. Das passiert immer. Es ist auch noch nie irgendwie zu einer Anzeige oder so gekommen. Aber man wird schon oft mal erwischt. Das ist dann auch im Video zu sehen oder... Mh, was? ...müsste den Dreh abbrechen, ja. A. Giannini fragt. Wie viel verdienst... Oh mein Gott, bitte, 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 bitte beantworte. Fünfstellig, manchmal sechsstellig. Je mehr man in der Webcam ist, desto mehr verdient man natürlich. Und dann gibt es da halt noch Unterschiede. Also der User kann selber wählen, wie er mich sehen möchte. Ob er mich jetzt im Privatschat ganz für sich alleine haben möchte. Da bezahlt er dann natürlich ein bisschen mehr. Da kann ich mir den Preis auch selber auswählen. 100 Euro die Minute. Oder ob er mich mit anderen im öffentlichen Chat sehen möchte. Also da bezahlt man so 1,49 Euro die Minute. Und ist dann aber halt mit ganz vielen anderen... Dicke, 1,49 Euro die Minute. Dicke, da kann ich mir auch die Karten legen lassen bei Astro24. Jürgen, what the fuck? In einem Chat und sieht mich. Oder halt, ob er... So, es gibt halt shit-tons of free-porn, dude. Auch von ihr. Warum? Also, sei gegönnt. Freut mich, wenn es Idioten gibt, die das machen. Ich meine, es gibt auch Idioten, die subscriben, dude, auf Twitch. Imagine, bro. Aber, ähm... Holy shit. Aber auch nur den Voyeur spielen möchte. Und einfach lauschen möchte, was... Jemand hat geschrieben, also, 50 Cent fürs Kommen. Ja gut, stimmt ja. 1,49 reichte dann, wa? Dann kann er im Privatschat zuschalten, aber nicht mit mir interagieren. Shiggy fragt... Kannst du squirten? Dass die Frage von Shiggy kommt. Comedy Gold. Ich kann squirten. Das ist auch eine Kopfsache. Da muss man sich erst drauf einlassen. Und viele Frauen haben halt, wenn sie kurz vor diesem entscheidenden Höhepunkt sind, wo diese Squirtung passiert, Angst irgendwie, dass zu viel rauskommt oder sie sich nicht fallen lassen können oder was da gerade mit ihrem Körper passiert und dann halten sie es zurück und können es nicht. Also um diese Blockade. Bei mir ist das halt nicht der Fall. Bei mir auch nicht, Chad. Ich squirre auch immer überall hin. Ich denke, ich hasse das. Aus dem Post-Quirt. Dadurch ist es irgendwie so braun. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Boah, I, Alter, stell dich vor. Boah, I, Alter. I, zeig Titten. Lebe an den Chat. Boah, Alter, holy shit. Hast du Stammzuschauer? Auf dem Portal habe ich mittlerweile über 15.000 Fans. Für die ist es so Hanna Primetime, sag ich ja. Also wenn andere halt Fernsehen anmachen irgendwie um 20.15 Uhr, dann schalten die halt Hanna ein und dann buhlen sie halt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Digga, wer guckt denn nicht Fernsehen lost, Alter? Schön pro sieben, schön 10 Minuten Film, 40 Minuten Werbung. Schock güzel, Alter. Der kann ja mit mir im Privatchat und teilweise warten die auch Stunden, nur um mich dann nochmal zu sehen an dem Abend. Oha, voll nett. Hat sich auch mal einer verknallt? Ja, verknallt tun sich auch schon so einige. Es gibt halt Mädchen auch, die flunkern. Lost. Und die lügen denen was vor, um da irgendwie das Geld zu sehen. Natürlich kann man nett und liebt mit denen. Ich finde es frech, wenn man seine Fans anlügt. So etwas würde ich nie übers Herz bringen. Freunde, wenn ich jetzt gerade sehe, wir sind bei 799 Subs. Ich kann mir eine Wohnung leisten, wenn wir noch einen Sub bekommen. Also Sub rein. Man kann denen auch sagen, man hat sie gern. Aber man muss halt auch klar sagen, ich würde nicht irgendwie mit dir zusammenkommen oder so. Spaß haben ist das eine, aber mit Gefühlen spielen sollte man nicht. Amira Tupac sagt. Was sind deine Tabus? Also alles, was in Pädophilie geht, alles, was mit Tieren zu tun hat, was mit Blut, mit Kot, mit Kotze oder Urin zu tun hat, sind für mich absolut... Kotze, Craigasm. Absolute Tabus. Nee, Alter, check ich. Also das ist auch so ein Part, wo ich dann auch raus bin, wo meine... Also so Ankacken und so finde ich jetzt auch nicht so stabil, to be honest. Oder zu krassen Sadomaso, da stehe ich auch gar nicht drauf. Also ich mag ganz gerne mal so eine kleine Devote-Rolle einnehmen, aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Also ansonsten mag ich es schon gerne, dass ich die Oberhand habe und dominant bin. Ich finde es null geil, glaube ich, wenn mich eine Frau auspeitscht oder wenn ich eine Frau auspeitschen würde. Also es gibt so Sachen, so die so, ich sag mal Soft-BDSM. Wir wissen alle, was gemeint ist, so diese normalen Sachen. Aber so richtig... Dude, what the fuck, Alter. Nicka fragt, wie viele Rosinen passen in deinen Anus? Alright, wir skippen die, danke. What the fuck, dude. Weird Champ, Realtalk. Ich musste auch schon mal tatsächlich mit einer Sache zur Polizei gehen, weil das mir so viel Bauchschmerzen gemacht hat. Das hat auch was mit Kindern zu tun. Und wenn natürlich solche Sachen sind, dann muss man sowas natürlich klar melden. Aber cool, dass sie zur Polizei gegangen ist, bro. Realtalk, sowas ist wichtig, man. Holy shit, du, das Internet is crazy, man. Und da gibt es halt auch verschiedene Fetische. Also gerade so auch dieses Zäpfchen-Ding, das finden die natürlich super süß. Und einer wollte halt auch... Warte mal, aber ich finde auch dieses Zäpfchen-Ding übelst süß. What the fuck, Monka-Ass. Bin ich jetzt ein Pädophiler? Holy shit, rip. Gerade so auch dieses Zäpfchen-Ding, das finden die natürlich super süß. Ja, aber das findet jeder super nice. Zehner, wenn das ein Typ nicht nice findet. Digga, diese Space Buns oben. Oder so diese großen Zöpfe, die so hier so rüber gehen, weißt du, was ich meine? Und dann so zwei Enden haben. Bro, Alter, holt mich absolut ab. Genau sowas wie so Kniestrümpfe oder so. Ja, Bro, also Zehner, so. WTF, überprüf nochmal, ob du heterosexuell bist, Junge. What the fuck. Na, Bro, jedem das seine, so. Aber so, holy shit, ich glaube, das sind so normale Sachen, die fast jeder nice findet. Viele Leute auf jeden Fall. Und einer wollte halt auch mal, dass ich mir 16 auf die Brust male und sage, ich bin halt 16 quasi. Weird champ. Petra Ludwig fragt. Super weird champ. What the fuck. Bedienst du Krankenschwester-Fetische? Ich sehe das Ganze so ein bisschen aus einer anderen Blickweise natürlich, weil ich weiß, was für ein harter Job das ist als Krankenschwester. Ich habe auch kein Krankenschwester-Kostüm. Das ist halt immer noch so ein Klischee-Fetisch. Ich habe tatsächlich schon mal so Rollenspiele gemacht. Da musste ich mich als Psychiaterin... Wilde Dono, Bro, zeig Füße. ... quasi verkleiden und mit dem dann ein Gespräch führen. Aber so richtig diese Krankenschwestern-Fetische bediene ich nicht. Cini Mini fragt. Mhm. Machst du Urlaub, wenn du deine Tage hast? Oh mein Gott, Digga. Banger-Frage. No joke. Das denke ich mir jedes Mal bei... Alter, Junge, das ist eine Banger-Frage. No joke. Danke, die wollte ich haben. Das habe ich mir schon so oft gedacht, Alter. Genauso auch zum Beispiel bei so Formaten wie Love Island oder so. Wenn die dann so drei Monate in der Villa sind, nehmen die dann einfach die Pille durch? Oder was machen die da? Nein. Also, ich finde das nicht so schlimm. Natürlich ist es schwierig mit dem Drehen. Nein, nicht verdienen. Aber ich muss ja dann auch nicht immer vaginal drehen. Ich könnte ja zum Beispiel auch einen Blotjob machen oder ein Anales-Video. Ein Anales-Video. Ja, moin. Sind die Orgasmen vor der Kamera echt? Es ist eigentlich immer so, dass, wenn ich einen Orgasmus habe, dass der auch echt ist vor der Kamera. Es heißt aber nicht, dass ich in jedem Film einen Orgasmus habe. Manchmal ist es ja auch cool, einfach nur Spaß zu haben dabei und dass es gar nicht dann zum Höhepunkt kommt. Wenn einer im Video entsteht, ist das schon real. Aber wenn es jetzt... Bro, sie zockt so oft mit ihrer linken Augenbraue. Es macht mich fertig, Alter. Ich gucke da jedes Mal hin. Holy shit. Vor der Webcam ist natürlich nicht den ganzen Tag. Das sage ich aber auch. Gerade wenn er jetzt eine Minute drin ist und sagt, jetzt kommt für mich, dann sage ich auch, wie denn jetzt bitte? Das wäre ja zu fake, wenn ich jetzt da so einen Orgasmus quasi bei jedem User irgendwie sehr... Pussy, ich kann es nur in einer Minute. ... sechs Stunden lang kette. Je suis domo möchte wissen. Hast du einen Freund? Ich bin Single. Ich habe einen Drehpartner, mit dem drehe ich zusammen die Filme. Aber ich bin Single. Marcel Winkler fragt. Das ist Marcel, Junge. Wirkt sich dein Job als Webcam-Girl auf dein privates Sexleben? Oh, auch eine sehr gute Frage. No joke. Nein. Also ich liebe Sex. Das ist wirklich das Gute und das ist auch das, warum ich mich natürlich für den Job entschieden habe. Ich liebe Sex. Ich bin super, super gerne sexuell aktiv. Auch bis jetzt... Szene, dass sie was mit Nico hat. Oder hatte. Szene. Wenn der Webcam ist... Digger, ich schwöre. Oder halt nach der Webcam, wenn der PC ausgeschaltet ist, dann habe ich auch genauso viel Lust immer noch auf Sex. Was glaubst du, wie lange du den Job noch machen kannst? Ich möchte auf jeden Fall keine Milf sein, die dann immer noch da tätig ist. Bitte? Das habe ich mir immer gesagt. Es gibt natürlich viele in der Branche, die noch im höheren Alter dabei sind, die vielleicht selber Kinder haben. Aber das möchte ich dann doch nicht. Naja, zum Glück weiß ja jeder dann, wenn man dann Kinder hat, dann kann man ja einfach alles von Porno blöschen und dann ist es ja dann weg. Findet ja dann keiner mehr. Na bro, I don't know. Aber da muss man mit umgehen können. Holy shit. Ist krass. Heftig. Ultrasympathisch. No joke. Ne, aber jetzt mal Realtalk. Sie war ultrasympathisch. War ein Banger-Video. Hat mich sehr... Also habe ich sehr enjoyed. Mich hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr zu diesem, wie viel verdient sie interessiert. Ist halt... Keine Ahnung. Ich finde halt... Das ist halt die spannendste Frage, in my opinion. Aber ansonsten, sehr nices Video. Ich fand, dass sie sehr authentisch war. Dass es nicht so dieses Katja Krasavice-mäßige, ich nimm fünf Cocks all day in Mund Ding war. Sondern man kauft dir den Film halt ab. So, dass sie halt wirklich einfach Bock hat auf Sex. So, und es ist gut.